Es hat sich angehört, als ob die beide in doppelter Geschwindigkeit reden würden. Oder in dreifacher sogar. Sehr merkwürdig. Ich werde mir, sobald ich alles fertig gerendert habe, mir das nochmal anhören. Das war ja sehr, sehr strange. Sind wir noch bei Mild Agonie? Wir können da doch hinfliegen. Oder hinfahren. Warum machen wir das nicht? Warum schickt er uns sonst wohin? Ich bin bei der Mild Agonie, also. Okay. Alles klar. Dieser Aufzug fährt nur nach unten, oder? Nein. Nach oben. Nationale Missionen. Mildeponie. Es beobachtet mich über die Ringe. Alles bergen. Waffen, oder was? 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 Du musst nicht durchschlossen. Ich hasse sie. Hm. Gehen jetzt aber nicht zurück um den zu holen. Machen wir dann bei der nächsten. Es soll aufhören sich alles zu rollen. Das nervt. Weißer Knopf. Na dann. Uh, der macht doch Breakdance bevor er drauf geht. Das brauchen wir nicht hier. Nicht hier bei uns. Hm. Ach ja. Hm. Da war's. Toll wir dürfen in den Minutaufzug. Hm. Da war's. Toll wir dürfen in den Minutaufzug. Stirot. Warte. 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 Stipp da mal. Huch. Soll gerade mehr Glücklich aus. Mal gucken ob er wieder in doppelter Geschwindigkeit redet nächstes Mal. Ich müsste da nicht runter. Oh no. Oh Gott. Oh Gott. Also dann. Okay. Soll das schon mal richtig gut machen. Oh Gott. Oh Gott. Na voll naj. Der Kamm ist aber um mit dem Minutig zu streben. Wollte ich jetzt weitermachen. Oh no. Oh no. Also das was im Kreis angeordnet war, wesentlich schwieriger. Faltrichtung, Faltrichtung, Junge, Junge, Junge. Was machst du denn? Riecht schon so nach Quarantäne aus. Blattdorf. Schirmack, werdet ihr Collisieren? Was ist das? Warum schmeißt du mal die Feilchen-Sachen weg? Wo ist es denn? Ist das der Nex oder was? Hm, dann ist es weg. Es ist verloren. Schnell hoch, vorne rüber muss, dass der Wand kriecht. Ich hoffe, wir sind immer noch richtig, richtige Mission. Allerdings, machen wir hier schon mal. Dieser Raum kommt mir sehr bekannt vor. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Was ist denn das mit der Hände? Zum Glück war die hier nicht so lange. Ich bin nur noch auf schwer oder? Zwei Stück, nur der letzte. Fast genug Kreationspunkte. Gucken wie lange der noch braucht. Hä? Werden denn die ganze Zeit dabei oder was? Kaum noch Munition. Was? Da müssen wir was herstellen jetzt. Das will leider unser ganzes Altmetall wieder verballern. Tut mir leid aber geht nicht anders. Wie viele Medipecs wir haben? Drei große? Was? Ne, drei große, fünf kleine und sechs kleine und fünf mittlere. Brauchen wir das? Schauen wir das. Und schaufen wir weg. Was ist das? ha 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 Warum müssen die halt einen Spin machen, bevor sie sterben? Oder wenn sie sterben? Das sind siehzig meiner Kinder. Das sieht echt so aus, als ob wir hier schon mal waren. Ich nehme erst mal hier den Special Raum, explosiver Lagerraum. Hm, auch da.